Hallo und herzlich willkommen bei mir dem Leomite und herzlich willkommen auf der Straße der Infos. Heute behandle ich auf Wunsch den preußischen König Friedrich II. oder auch Friedrich der Große, das Soldatenleben eines preußischen Königs. Friedrich II., bekannt als Friedrich der Große, war nicht nur ein König von Preußen, sondern auch eine prägende Figur in der Militärgeschichte des 18. Jahrhunderts. Sein Leben war von militärischen Erfolgen, politischem Kalkül und einer bemerkenswerten persönlichen Disziplin geprägt. Das Buch Friedrich der Große, ein Soldatenleben von Christopher Duffy bietet einen tiefen Einblick in das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Monarchen, der sein Land zur europäischen Großmacht formte. Militärischer Werdegang Friedrich II. wurde am 24. Januar 1712 in Berlin geboren und wuchs in einer strengen militärischen Umgebung auf. Sein Vater, König Friedrich Wilhelm I., war ein leidenschaftlicher Militarist, der sein Reich durch Disziplin und Sparsamkeit stärkte. Friedrich II. sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten, doch in seiner Jugend zeigte er zunächst mehr Interesse an Musik und Philosophie. Dennoch zwang ihn die harte Erziehung seines Vaters, sich mit militärischen Themen auseinanderzusetzen. Im Jahr 1740, nach dem Tod seines Vaters, bestieg Friedrich den preußischen Thron. Bereits kurz nach seiner Thronbesteigung sah er sich mit der Möglichkeit konfrontiert, sein militärisches Talent unter Beweis zu stellen. Der Tod des Habsburger Kaisers Karl VI. hinterließ ein Machtvakuum im Heiligen Römischen Reich, das Friedrich ausnutzte, um Schlesien zu erobern. Dieser Erste Schlesische Krieg von 1740 bis 1742 legte den Grundstein für Friedrichsruf als brillanter Stratege und Führer. Seine Fähigkeit, schnelle und entschlossene Entscheidungen zu treffen, sowie seine Vorliebe für unkonventionelle Taktiken, machten ihn zu einem gefürchteten Gegner. Taffy hebt in seinem Buch hervor, dass Friedrich nicht nur ein begnadeter Stratege war, sondern auch ein König, der die Bedürfnisse und Sorgen seiner Soldaten verstand. Er führte seine Truppen oft persönlich in die Schlacht und teilte ihr ihre Entbehrungen, was ihm den Respekt seiner Armee einbrachte. Friedrich sah seine Rolle als König vor allem in der Verteidigung seines Staates und seiner Untertanen, was ihn zu einem rastlosen Kämpfer machte. Besonders seine berühmte Maxime, ein König ist der erste Diener seines Staates, verdeutlichte sein Pflichtbewusstsein. Der Siebenjährige Krieg Der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763 war zweifellos der Höhepunkt von Friedrichs militärischer Karriere. Hier trat er gegen eine Koalition der europäischen Großmächte an, darunter Österreich, Frankreich und Russland. Friedrichs Taktik und sein strategisches Geschick wurden in diesen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Er musste sich gegen überwältigende Kräfte behaupten und stand oft kurz vor dem Untergang. Dennoch gelang es ihm Preußen aus diesem Konflikt, als eine der führenden Mächte Europas herfortgehen zu lassen. Duffy beschreibt detailliert die Schlachten und Verhältnisse dieses Krieges und hebt insbesondere Friedrichs Siege in Leuthen und Rosbach hervor. Diese Siege waren nicht nur militärisch bedeutend, sondern hatten auch eine enorme psychologische Wirkung auf die Gegner Preußens. Friedrich verstand es meisterhaft, seine Truppen zu motivieren und ihre moralische Stärke aufrechtzuerhalten, selbst in den schwierigsten Situationen. Besonders bemerkenswert war seine Fähigkeit, auf dem Schlachtfeld Flexibilität zu zeigen und sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen. In der Schlacht von Leuthen 1757 etwa nutzte er das Terrain und führte seine Truppen in einer geschickten Zangenbewegung zum Sieg gegen eine zahlenmäßig überlegene österreichische Armee. Trotz seiner militärischen Erfolge war der Preis des Siebenjährigen Krieges hoch. Preußen war erschöpft, wirtschaftlich geschwächt und demografisch dezimiert. Doch Friedrichs Beharrlichkeit und strategisches Geschick trugen dazu bei, sein Königreich vor der Zerstörung zu bewahren und seine Position in Europa zu sichern. Nach dem Ende des Krieges galt er als einer der größten Feldherren seiner Zeit und Preußen als militärische Großmacht. Friedrichs Erbe Friedrich der Große war jedoch nicht nur ein Militärführer, sondern auch ein Staatsmann und Reformer. Nach den anstrengenden Jahren des Siebenjährigen Krieges widmete er sich verstärkt der Innenpolitik und der Verwaltung seines Reiches. Er führte zahlreiche Reformen ein, die darauf abzielten, das preußische Staatswesen zu modernisieren. Zu seinen wichtigsten Errungenschaften gehören die Reformen des Justizsystems, die Förderung des Bildungswesens und der Ausbau der preußischen Bürokratie. Darüber hinaus war Friedrich ein Förderer der Künste und der Wissenschaften. Er korrespondierte mit den großen Denkern seiner Zeit, darunter Voltaire, und setzte sich für die Verbreitung der Aufklärung in Preußen ein. Obwohl er ein aufgeklärter Monarch war, hielt er an der absoluten Macht des Königs fest und sah sich als oberster Herrscher über Staat und Gesellschaft. Friedrichs Erbe ist zwiespältig. Einerseits wird er als der alte Fritz verehrt, ein Symbol preußischer Tugenden wie Disziplin, Pflichtbewusstsein und Tapferkeit. Andererseits wird er auch kritisch betrachtet, insbesondere in Bezug auf seine autoritäre Herrschaft und seine expansive Kriegspolitik. Duffy gelingt es in seinem Buch, beide Seiten von Friedrichs Persönlichkeit und Herrschaft aufzuzeigen, indem er nicht nur die militärischen Erfolge, sondern auch die politischen und sozialen Auswirkungen seiner Regierungszeit beleuchtet. Schlussfolgerung Christopher Duffy's Friedrich der Große Ein Soldatenleben bietet einen umfassenden Blick auf das Leben eines der bedeutendsten preußischen Könige. Es wird deutlich, dass Friedrichs militärische Erfolg und sein strategisches Genie eng mit seinen persönlichen Disziplinen, seinem Pflichtbewusstsein und seinem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse seines Staates verbunden waren. Dennoch bleibt sein Erbe komplex und seine Herrschaft muss im Kontext ihrer Zeit betrachtet werden. Friedrich der Große prägte nicht nur Preußen, sondern auch die europäische Geschichte nachhaltig. Sein Leben und Werk zeigen die engen Verbindungen zwischen Militärpolitik und persönlichem Ehrgeiz, die seine Regierungszeit prägten und ihn zu einer der faszinierendsten Figuren des 18. Jahrhunderts machten. Das war's für heute. Wenn ihr euer Thema gerne in einem Video sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst doch Liken nicht. Und das Wichtigste, abonniert den Kanal. Das ist die beste Möglichkeit, mir zu helfen. Wenn ihr aber noch mehr helfen möchtet, ich habe auch Patreon. Dort war dieses Video bereits eine Woche vor YouTube zu sehen. Link ist in der Beschreibung. Außerdem suche ich derzeit Ideen für eine Patreon-exklusive und eine YouTube-Mitgliedschaft-exklusive Show. Wenn du eine Idee hast, ab in die Kommentare damit. Das war's von mir, eurem Leo Maid. Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.